Servus 60er Fans, Mesh, danke für die Nominierung gestern. Ja, ich trinke jetzt meinen Espresso und ließe noch ein bisschen Zeitung und dann zeige ich euch mal sowas, was ich den ganzen Tag treibe. Ein Ziel von mir in den letzten zwei bis drei Wochen ist, dass ich meine Zeit immer verbessere und immer schneller werde und zwar bei den Spülmaschinen ausräumen. Und los geht's! Spülmaschinen Stopp! Und, was sagt die Zeit? Schauen wir mal. Ja, nein, Bestzeit! Jawohl, es wird einfach immer besser. Sof. Sof. Untertitelung des ZDF, 2020 So, nachdem ich mit der Hausarbeit fertig bin, gehe ich da runter in mein Bayerisch Fitnessstudio. Das war's von mir von heute. Bleibt gesund, bleibt daheim und man möchte sehen, was der Dennis den ganzen Tag treibt. Dennis Dressel, du bist nämlich.